Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,7 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, diesen Film habe ich schon oft verschlungen, immer auf Englisch, denn im Original ist der Film nicht zu überbieten. Ein Jammer, dass Jim Henson nicht mehr lebt, es hätten noch zahlreiche Geschichten auf eine Muppet-Version gewartet. Eigentlich hätte ich die volle Punktzahl gegeben, doch aus mehr unerfindlichen Gründen fehlt das allerschönste Lied. Die Szene wurde komplett gestrichen. Als Ebeneezer Scrooge vom Geist der vergangenen Weihnacht an den Zeitpunkt geführt wurde, wo er seine einzige Liebe im Leben verlor, sang seine Belle ihm ein herzzerreißendes Abschiedslied. Für diesen Frevel muss ich zwei Sterne abziehen, es gehört sich einfach nicht, ausschließlich dem deutschen Markt eine Szene zu streichen, ich schneide ja auch keine Löcher in ein Gemälde, wenn es fertig ist. Wem also das nötige Kleingeld nicht zu schade ist, sollte auf jeden Fall einen Importfilm kaufen, der diese Szene enthält. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.